ja servus mein name ist mtsc und willkommen mal wieder zu einem neuen themen talk beziehungsweise zu einem neuen mts meinung hier auf meinem kanal ja heute mal wieder ein themen talk ich bin so die letzten wochen mal wieder auf eine thematik gestoßen die mir sehr 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 ekelhaft auf gestoßen ist und diese thematik habe ich jetzt ein paar wochen lang einfach so ja einfach mal aufgeschrieben nicht darüber geredet dachte mir so ja komm lässt es einfach bleiben und ich bin eben so ein bisschen meine themen durchgegangen also ein bisschen das was ich quasi aufgeschrieben habe bisschen durchgegangen dachte mir so ja das thema wäre eigentlich ganz nett ich habe diese thematik auf facebook dieses mal nicht wieder auf facebook aufgegriffen und zwar geht es um die thematik wert angst vom schwarzen mann so das ist ein spiel gewesen damals wo man ein bisschen jünger war ein bisschen kleiner war damals grundschulzeiten das war ein spiel ich kann mich noch genau an dieses spiel erinnern da war einer oder es waren glaube ich mehrere die quasi dieser schwarze mann waren soll quasi sowas über dead by daylight sowas wie ein killer gewesen sein und es gab ja immer dieses wie nennt man das intro keine ahnung dieses wer hat angst vom schwarzen mann niemand und wenn er kommt dann rennen wir oder wie das auch immer ging und damals haben wir das in der grundschule gespielt es war immer einer da oder oder meinetwegen zwei die haben sich dann umgedreht und mussten dann die leute glaube ich fangen und jeder der gefangen wurde war quasi mit ein killer und musste die anderen anstecken so in etwa habe ich das in erinnerung und auf facebook hat da vor ein paar wochen eine diskussion wieder gestartet ich weiß gar nicht mehr welche seite das gepostet hat beziehungsweise was die sei das so generell gepostet hat es glaube ich glaube es war so eine seite die so ein bisschen nostalgisch so ein bisschen auf alte serien filme spiele angewohnheiten und 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 eingegangen ist also so eine seite war das ungefähr und da war so eine thematik und da haben sich einige leute aufgeregt und haben gemeint ja nee das heißt ja nicht schwarzer mann denn da bringt man prinzipiell leute in verbindung die die hautfarbe schwarz beziehungsweise die hautfarbe dunkel haben nicht schwarz was auch dunkelhäulig sind und dann hat diese diskussion angefangen es gab sehr viele leute die sich darüber lustig gemacht haben über die thematik dass man sowas generell kritisiert es gab leute die voll drin waren in der thematik die gesagt haben ja finde ich nicht in ordnung sowas macht man nicht das heißt nicht schwarzer mann und da gab es auch einige leute die gemeint haben du früher als kind da warst du nicht rassistisch eingestellt da hast du gedacht schwarzer mann wer ist der schwarze mann schüler in dem moment der halt quasi der jäger oder killer ist das ist der schwarze mann halt einfach und wenn ich so drüber nachdenke habe ich damals das thema schwarzer mann also im bezug auf das spiel so empfunden das ist irgendwas grauenhaftes sowas wie eine horrorgestalt eventuell hat sich so ein bisschen seine bilder im kopf zusammen gereimt zusammen gemalt und ja wie gesagt ich hatte es halt einfach ganz normal nicht irgendwie im sinne das könnten dunkelhäuliger mensch sein der irgendwie auf krampf kommen raus rassistische eigenschaften wie solche sagen der dem rassistisch angreifen muss aus aus dem grund weil er irgendwelche eigenschaften hat die ihm eigenschaften wo man jetzt diskriminieren könnte ich habe da als als kind nie drüber nachgedacht ich hatte als kind ich glaube zwei drei freunde die dunkelhäutig waren und ich kann mich noch ganz gut erinnern ich habe meiner ganzen laufbahn als kind in der schule nie irgendwie das gefühl gehabt ich diskriminiere jemanden aufgrund der herkunft und hautfarbe oder noch nie das gefühl gehabt ich würde jemanden nicht mögen weil er meinetwegen nicht dieselbe hautfarbe hat oder nicht weiß ich nicht dieselben wurzeln hat wie ich mir war es am anfang eigentlich wichtig dass die person nett zu mir ist und ich war nett zu ihr und jetzt könnte man meinen dass ich auf den zug aufspringe und sagt ja das sagt man nicht sagt halt einfach nicht schwarzer man sagt hat einfach irgendwie hat angst irgendwie vorm bösen mann könnte man ja auch sagen sagt man einfach nicht mehr ihr müsst euch so vorstellen es gibt themen und momente auf der welt wo ich sag ja es ist okay wenn es anders macht oder wenn man es anders benennt ich mein das kommt jetzt von mir weil ich versuche ehrlich zu sein wenn man jetzt wörter wie zigeunersoße zigeunerschnitzel morrenkopf und was weiß ich nicht alles wenn man diese wörter im sprachgebrauch weglässt es klingt zwar nett es macht den anschein als hätten wir uns als menschen gebessert aber es tut mir leid dass ich es sag verhindert kein rassismus ganz im gegenteil die leute die sowieso von grund auf rassistisch sind aus welchem grund auch immer die werden das belächeln und werden dann ihren film weiterhin fahren so wisst ihr was ich meine das ändert nichts daran das macht uns menschen nicht besser nur weil wir plötzlich hingehen und sagen gutes sagt man wirklich nicht ne es könnte schon ein bisschen diskriminierend sein das ändert nichts daran ich weiß nicht warum es leute gibt die sagen doch das ändert sehr wohl was dran macht das nicht ganz im gegenteil die meisten oder regen sich darüber auf weil sie denken das bringt doch sowieso nichts ist doch total billig aber gut ich will nicht darüber reden was für wörter jetzt gut sind was für wörter total kindig rüberkommen und was weiß ich nicht alles soll so sein mir ist es wurscht ich habe sowieso in meinem sprachgebrauch keine wörter drin wie mohrenkopf oder irgendwas oder zigeunersoße zigeunerschnitzel weiß ich nicht das sind alles so dinge die sind nicht in meinem sprachgebrauch drin nicht weil ich keinen bock habe sie zu sagen sondern einfach weil ich damit so gut wie nie in verbindung komme ja so das problem aber an solchen sachen ist dass die leute irgendwas sie suchen den fehler halt einfach weißt du das ist wenn jetzt irgendwo da draußen jetzt weiß ich nicht eine frau ein kleid an hat und das kleid hat jetzt sonnenblumen als design ein bisschen sonnenblumen drauf auf dem kleid und dann gibt es immer irgendwelche menschen die sagen warte mal sonnenblumen haben die nicht gelbe blätter und da auf dem kleid haben sie beispielsweise rote blätter und dann gibt es immer wieder leute die sagen ja warum hatten das jetzt rote blätter normalerweise hat eine sonnenblume doch gelbe blätter oder meinetwegen orange oder weiß ich nicht es wird immer leute geben die ein bisschen was weiß ich mal so die ein bisschen fehlinformation aus etwas herausnehmen und ich glaube halt auch dass auch bei dieser thematik mit dem schwarzen man halt auch genau sowas passiert ist ich war leg grad das problem an dieser ganzen sache ist ich glaube halt einfach dass ein kind nicht rassistisch geboren wird so ich glaube das hat immer was mit der einstellung zu tun mit der entwicklung mit der sympathie zu gewissen gruppen die eltern die schule freunde in dem fall sehr sehr viel auch die medien und das problem an dieser thematik ist dass es sehr viele erwachsene gibt die etwas sehen was das kind nie sehen würde und wie gesagt als man damals in der zeit in der schulzeit das spiel gespielt hat dieses wert angst vom schwarzen mann niemand und wenn er kommt dann rennen wir man hat sich doch nicht nennen dunkelhäutigen menschen vorgestellt der irgendwie in amoklauf startet und irgendwelche leute angreift unter diesem facebook beitrag gab es halt sehr sehr viele leute die halt auch wirklich total die scheiße reingeschrieben haben da gab es leute die haben halt gemeint ja das kommt daher weil man ja dunkelhäutige menschen direkt als kriminell ansieht daher kommt es ja daher kommt ja auch das gerücht und ihr seht halt wirklich da lesen mit diesem beitrag durch und vor allem die kommentare und denken so das ist doch kompletter blödsinn ich weiß nicht wo die leute diese märchen her nehmen aber ich dachte mir wirklich so alle schreiben paar stories schreiben buch schreiben märchen buch am besten nicht für kinder sondern generell schreiben märchen buch macht einen scheiß so und wer damit erfolgreich von mir aus aber lass die leute da in ruhe sondern mit einem komischen also dass die kinder in ruhe in dem fall dass die kinder nur mit einem komischen scheiß was du da redest das problem ist an so einer thematik dass das ist genauso wie mit dieser sexualität wenn die leute plötzlich anfangen wie bei dieser spongebob thematik wo die leute gemeint haben ja in einer kinderserie muss halt aber auch vorkommen dass es auch homosexuelle paare gibt und so und ich denke mir so warum denn wenn ich ein kind bin ja und ich gucke mir jetzt eine serie an wo eltern dabei sind die sich lieben also mann und frau die sich lieben und ich bin auch ein kind dann denke ich mir in dem moment hey das sind elternteile das ist die mutter das ist der vater das sind die eltern von dem kind punkt ob die sich lieben warum sie sich lieben ich mache mir da als kind eigentlich nicht wirklich viel gedanken drum ich denke mir halt mein teil und das war's ich habe wirklich noch nie vielleicht bin ich da in den falschen kreisen unterwegs beziehungsweise in den richtigen anscheinend weil ich es nicht mitbekommen aber ich glaube halt einfach dass das also ich persönlich habe noch nie ein kind getroffen was halt so die meinung hatte ey warum ist denn das jetzt eine mutter und ein vater und warum nicht zwei väter oder zwei mütter in dem fall habe ich noch nie gesehen wenn du halt noch jung bist ja sagen wir so alles was so ja ich würde sagen jünger als elf zwölf auf jeden fall wenn du halt fernab von teenager sein fernab von pubertät und und entwicklung und so also diese diese dieses entwicklungs diesen entwicklungsschritt sage ich jetzt einfach mal wurde dann weißt du so dieses hormonen ding einfach ja also alles was halt mit der pubertät zu tun hat ja noch das was ein bisschen vorher vorkommt ich habe so das gefühl halt einfach dass viele leute halt einfach eine scheiß fehl information raus geben und ich frage mich tatsächlich was für ein sinn es macht wenn man so viel bullshit halt einfach labert ne es macht für mich keinen sinn du sitzt doch nicht als kind vor einer cartoon serie oder was auch immer und denkst du so ey warum machen die das jetzt so man stellt euch mal vor ihr habt ein kind oder seid selbst ein kind und ich gucke eine serie an wo halt jetzt zwei männer sich lieben eine cartoon serie was wird man da denken man wird halt sich so denken ja die leute lieben sich und das war es halt einfach so keine ahnung klar wenn man jetzt hat 99 serien gesehen hat ne wovon die eltern mann und frau waren und du guckst an die hundertste serie wurden halt zwei männer in dem fall die eltern sind klar denkst du so warum ist das jetzt so fragst halt nach sondern wenn du halt ein aufgeschlossener mensch bist als elternteil sagst du halt ja die lieben sich halt auch so und das war es halt einfach du machst dir als kind noch keine gedanken drum das kommt halt irgendwann später und ich verstehe halt bis zum heutigen tag nicht warum man immer dinge die mit der kindheit zu tun hat so in den dreck ziehen muss jede scheiße die halt wirklich erzählt wurde halt wirklich erwachsene damit was zu tun also die schuld tragen wirklich die schuld trägt wirklich jeder erwachsene so ob die jetzt gut also die kinder gut erziehen oder nicht gut erziehen gut sowieso wieder ein anderes thema aber ich weiß nicht wenn wenn ich ein kind hätte das gibt es auch immer wieder viele leute die mich dafür kritisieren wenn ich jetzt ein kind habe so dann gehe ich doch nicht her wenn ich jetzt einen jungen habe dann gehe ich doch nicht her und kaufe dem jungen absichtlich rosa sachen nur um der welt zu zeigen ey ich bin offen für sowas nein ich kaufe dem kind grüne sachen meinetwegen blau von mir aus grau schwarz irgendwas was halt schön ausschaut aber ich muss dem kind doch nicht absichtlich rosa kaufen oder pink nur um zu zeigen ey mir ist es egal was das kind trägt weil vielleicht könnte das kind ja schwul werden und so auch so ein thema das könnte ich demnächst mal ansprechen und zwar homosexuelle oder bisexuelle in serien diese klischee schwule leute oder klischee lesben beispielsweise in dem fall also diese klischee homosexualität die immer in den serien und filmen gezeigt wird finde ich auch immer wieder total lächerlich so in den serien und filmen und generell in der medienlandschaft wird es immer so hingestellt als wäre jeder mann der schwule ist direkt so tussi mäßig es gibt so viele schule wenn er da draußen die sich ganz normal männlich verhalten also mit so männlichen zügen sage ich jetzt mal männlichen charaktereigenschaften und trotzdem auf männer stehen das macht den mit den gar nichts aus klar gibt es auch wenn er da draußen die schwul sind die sich eher so ein bisschen wenn man das so tussi mäßig verhalten dieses typische mir fällt jetzt kein wort ein dass man nicht falsch verstehen kann aber wie ist aber ich meine so dieses typische und aha und sowas dieses tussi mäßige hat einfach und ist doch voll in ordnung ich frage mich nur warum man halt immer dieses klischee bild erfüllen muss es wird dann einfach ein bild suggeriert oder gezeigt so was halt einfach weiß ich nicht ich finde es schade hat einfach weil ich finde halt einfach in der heutigen zeit wo solche themen wie rassismus und sexismus sehr sehr stark kritisiert werden was sehr sehr gut ist by the way dass es in der heutigen zeit noch immer so rüber kommt von den leuten als hätten wir keinen schritt nach vorne gemacht wir haben sehr viele schritte nach vorne gemacht und es kann gerne so weitergehen bin ich ehrlich aber man muss doch nicht auf krampf kommen raus dinge kritisieren wo ich mal so denke alter habt ihr nichts besseres zu tun wer hat angst vom schwarzen mann warum sollte man damit einen afroamerikaner oder einen afrikaner meinen hä was hat es denn mit einem afrikaner zu tun man hat angst vom schwarzen mann man war jung man hat ein bisschen miteinander gespielt man hat fang gespielt gefühlt das war's also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern in meiner schulzeit keiner wurde da irgendwie angegriffen oder irgendwas oder keiner hat so was gemacht die erwachsenen denken immer die kinder sind von grund auf bisschen gaga im kopf aber das macht halt die erziehung kann man es verhindern dass ein kind rassistisch wird mit der zeit ich würde sagen ja und nein aber eher nein ja das ist genauso wie wenn wenn du ein kind jahrelang zeigst du kannst anziehen was du möchtest so und irgendwann kommt das kind auf die idee ah ich mag rosa ganz gerne dann mag das kind halt rosa irgendwann aber ich muss doch nicht von anfang an so ein bild erschaffen was es vielleicht gar nicht gibt ist doch voll okay es gibt so viele jungs da draußen die irgendwann in der pubertät merken warte mal ich glaube ich stehe halt auf jungs und sich dann so auch outet so und das ist doch voll in ordnung das kommt doch erst mit der zeit das hat ja auch was mit sexualität zu tun das kommt doch erst mit der zeit warum muss man die kinder direkt von anfang an das ist böse das ist böse und so hast du nicht zu sein und so auch nicht machen muss man da den kinder von anfang an so ein bisschen weiß ich mal so ein bisschen krank im kopf machen das sind kinder kinder wollen spielen kinder wollen spaß haben ich habe keine kinder so aber ich war selbst ein kind ich habe mir um sexismus und rassismus gar keine gedanken gemacht ich habe mit jungs und mit mädels gespielt mir war das alles voll egal naja soviel zu dem thema bevor jetzt wieder die kamera sagt 20 minuten sind erreicht stopp werde ich das video habe ab hier hab hier man kennt werde ich das video ab hier ist dass ich alles natürlich drin keinen bock zu schneiden werde ich das video hier ab werde ich das video ab hier beenden mein gott was noch zu sagen ist schreibt mir gerne eure meinung und die kommentare das war natürlich nur meine meinung ist klar man kann es kritisch sehen man kann es nicht kritisch sehen man kann sagen es gibt schlimmeres man kann sagen schon wichtig aber bleibt dann auf jeden fall sachlich denn das ist das wichtigste in der diskussion noch ein bisschen werbung für mein twitch account und zwar bin ich momentan sehr sehr oft auf twitch unterwegs am stream meist gaming was die meisten nicht interessieren aber ich bin halt nicht wie die meisten streamer die halt nur zocken 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 und ich gehe halt auch sehr sehr gerne auch während dem zocken auf themen ein also wenn ihr bock hat mal auf dem themen talk auf dem gemütlichen oder generell mal auf reaction streams oder just chatting streams wo man nur quatsch dann folgt mir gerne auf twitch ja ganz normal wie hier halt auch mtc dass mein name so findet man mich eigentlich überall auf steam discord der dies gott sowieso aber sieben discord twitch twitter instagram wenn ihr interessiert zeit würde mich freuen wenn ihr da mal vorbei guckt generell bei den anderen social media kanälen ganz klare sache und dann bedanke ich mich auf jeden fall für die aufmerksamkeit was der bewertung da schreibt eure meinung in die kommentare gucken wie die beschreibung da würde ich sagen man sieht sich auf jeden fall bei der nächsten was auch immer ich machen würde aber bis dahin erst mal und servus